Ein herzliches Willkommen zurück zu Banachers Ghosts of New Eden. So, wir suchen hier ein Sölder Lager. Wollen wir uns das mal genauer angucken? Also, wo sind wir? Hier sind wir. Was ist das? Achso, ich brauche noch Wachposten. Ähm, ich würde kurz sagen... Alter, wie viel Zeug gibt's hier? Was für ein Shit? Tja, dann würde ich sagen, machen wir erst mal diese zerstörbare Wand, hä? Richtung Westen, Südwesten, das sieht doch gut aus. Und dann geht jemand zurück. Na, komm, hilf. Oh, das geht schon mal nicht. Das ist schon mal toll. Gehen wir es so. Na, sag mal. Vielleicht so? Ich muss noch mal gucken, wo ich bin. Oh, ich bin doch näher dran, als ich dachte. Na gut. Ja, ja. Wo bist du? Hier bist du. Gut. Weiter geht's. Hm. Hm, hm. Wie ich das liebe. Na, dich erst. Warte mal. Wie treibt die das nicht? Ah, ich gehe direkt zu dem Fragezeichen. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir das doch schon. Ja, schön. Mich würde echt interessieren, wenn ich das alles so schön wegmache. Ob dann der Endgegner schwächer wird. Wo? Oh. Na ja, das war schon besser, Leute. Oh, Schlüssel für den Rucksack des Soldaten. Äh, schon. Wurzelring. Also, Ring. Welchen Ring habe ich angelegt? Den hier. Je niedriger die Geistanzeige, desto höher ist der von... Na ja, okay. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hier höre die Geistanzeige. Höher ist der von... Hm, nee. Das ist eher nicht so gut. Okay. Ja, prima. Dann haben wir das auch aufgesammelt. Dann würde ich sagen... Wo bist du? Wie komme ich denn hier hin? Wahrscheinlich. Wie komme ich da hin? Das müsste doch hier irgendwo sein, oder? Müsste es eigentlich fast sehen. Da unten. Also gut, dann gucken wir mal, wie komme ich da hin. Wie ich irgendwie von hier oben mit dem Seil runterkomme. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Boah. Da war ein ganz schöner Weg hier. Okay. Bleibt nichts anderes übrig. Ich kann mich da gar nicht so richtig dran erinnern, dass wir hier so waren, ne? Vielleicht war ich auch nur ganz kurz da. Boah, ich höre rechts irgendwas. Trotzdem erschrecke ich jedes Mal. Lass mich dir helfen. Äh, was war das? Vorsicht! Hm. Stinker. Witz hier lang. Nicht wirklich. Nicht hier entlang. Nicht hier rechts irgendwie, ne? Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal da schnell das Nest vernichten. Das ist wichtig. Das ist die Leute. Obwohl, die wollen ja eh alle weg. Egal. Die sollen hier schön in Frieden leben. Da hängen ein paar ab. Guck mal. Weiß. Guck mal. Gemacht. Okay. Wo ist jetzt das? Nest. Sie ist jetzt gerade noch nicht. Ah, hier. Was? Ach, das kann sein, dass ich mich damals nicht getraut habe. Das könnte sein. Zeigt uns euer wahres Gesicht. Ich bin bereit. Mehr Schaden durch perfekte Wechsel und Angriffe. Ah, das mache ich ja so ungern, ne? Schämen. Er macht sich an die Leiche ran. Verstärkung. Boah. Amma, was seid ihr denn so Akko? Oh. Ah, Gottes Willen. Okay, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir das halt so. Was auch nicht viel bringt, aber egal. Ich ergepässt. Oh Gott. Na. Wann hier. Achso, das Ausweich, man. Ich wollte nicht auf den schießen. Oh, das flieb voll rein. Darf ich auch mitmachen? Hätte ich so, hat der jetzt schon wieder. Das ist echt ein Nervtyp. So, jetzt. Achso. Dann weißt du jetzt wieder aus. Das sagt. Ich bin auch noch hier. Ja, ich weiß. Du, jetzt hier auch mal kurz mal das machen. Aber du machst keinen Schaden, mein Schatz. Ich weiß auch gar nicht, wie man pariert, ehrlich gesagt. Oder weiß ich es? Keine Ahnung. Oh. Hanna, hey. Let's go. Oh. Oh. du kannst mich um hilfe ja ich weiß nicht wie der perfekte weg zu gehen du hast du alleine spaß haben was noch einer das noch einer ja hör doch auf gibt es noch diese was war das da habe ich echt nicht aufgepasst ätzender kampf das ist echt ein ätzender kampf ich bin dann noch mal ich weiß nicht mehr kann es sein dass ich das auch damals schon mal gemacht habe und daran ähnelndig das könnte natürlich auch sein mehr spaß achtung er greift gleich besitzen schiebt genau ja 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 jetzt ja ja Ah, daneben. Und wer ist mit einem Highland Cliffs? Boah, der Sack, ich bin zufrieden, der ist so schnell da. Ich hab hier was für dich. Ich bin in. Noch einmal, mit Gefühl. Bereit für den Einsatz. Ich kann dir helfen. Das ist ein Kacka da weg. Oh, das ist so dumm. Ach komm, was war denn das? Kann man so schielen? Ich brauche ein bisschen Leben, deswegen... Mach ich das hier in aller Ruhe? Na, wo bist du? Noch einer? Nee, komm, wir machen den auch noch. Oh! Was ist mit dir los? Da ist der blöde Paniker. Ich steh bereit. Ach, daneben. Ja, auf Zeit wann. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, das weiß ich ja. Du verschwendest deine Zeit mit dem. Hä, wieso? Nee, da kann ich es nicht. Oh, daneben. Unnötig, unnötig. Noch unnötiger. So. Wir machen es jetzt so. Und jetzt zeigst du den kleinen Stinker. Ich bin bereit. Naja, ich weiß es. Ja, genau den falschen erwischen. Ach du Sack. Ändere deine Strategie. Ich bin bereit. So, jetzt machen wir den hier. Boah, der Sprungangriff 240. Okay, dann machen wir das doch nochmal, oder? Oh! 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 So, jetzt bist du nicht mehr so immun dagegen, hä? Zeig ihnen, dass sie sich nicht mit Verbannern anlegen sollten. Ha! Ich wollte gerade sagen, hier bringt das Verbannen nicht so viel. Boah, ätzender Kampf. Ja, ja. Mir aber habe ich es schon einmal gehabt. So ein Kampf und ein paar Gnaden los. Die Gosch damals gekriegt, fällt mir jetzt gerade ein. Kenn ich also. So, was haben wir da? Schling, Efeu. Du musst auch weichen. Bist du da oben? Oder wo oben? Da oben. Ah, nee. Ja, wo soll das Efeu sein? Ah, guck mal. Was sehe ich denn hier? Hat gar nicht so abgefallen, Alter. Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Ja, ja. Schön. Also, hier haben wir eins, zwei. Ne, nicht zwei. Ein. Äh, was ist da? Äh, Quatsch. Da oben. Okay. Ich kann hier bunter blättern. Jetzt können wir aber nochmal gucken. Kann ich hier irgendwie das sehen? Ne, ne, dann muss ich glaube ich schon runter. Kann das sein, dass es nur zwei gibt. Ich testen es. Komm, schneller. Äh, hab ich es geschafft oder nicht? Ne. Okay, wo ist das andere Drecksding? Wo ist das andere Teil? Hier ist es. Da oben. Ah, ja. Okay, alles klar. Neue Versuch. Äh, wo warst du jetzt nochmal? Hä? Warte mal. Hä? Wo sind das jetzt hin? Warte mal. Bin ich echt verwirrt? Kann es sein, dass ich das nicht sehe? Und das ist genau hier. Das ist... Komm, wir testen es. Ich hab das doch vorher gesehen. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch gesehen. Ach, da oben. Ach, da oben. Ich hab's nicht mehr dran gedacht. So, also. Das heißt, geh mal hier hin. Sehen wir beides. Oh, sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Das ist zur Ruhe. Komm her, du. So, das haben wir. Ja. Oh ja, direkt neben dir alles platt. Das war nichts. Jetzt bin ich in Panik geraten. Das war nichts. Ich will nur meine Anzeige auffüllen. So. Das wollte ich. Gucken wir mal. Was das hier... Durchgang ist. Okay, schauen. Naja, ich komm hier zu diesem Fähigkeiten-Altar. Wenn ich Glück hab, find ich auch noch. Für die, ähm, weiteren... Weitere Gruppe oder so. Warum sollte ich da jetzt rüber gehen? Ich glaube nicht, oder? Nee, nee, hier geh ich noch nicht rüber. Oh, das ist ja auch dieser komische Schleier. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier. Wie würde zu gehen? Ich könnte dir helfen. Ja, ja, ich hab das schon kapiert, mein Schatz. Hm, na gut. Ja, das ist ja wohl nichts anderes übrig. Ich sehe keinen Weg. Lol. Ich war doch jetzt gerade da oben. Probieren wir es halt nochmal. Ich kann nichts erkennen. Guck mal hier rein, oder? Ja, das sieht gut aus. Hä? Da haben wir es doch schon. Komm, ja, du. Komm, ja, du. Hm, war klar. Hö, hört die auf. Kleiner Sack. Geht's noch? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ja, weiß ich. Oh, hier haben wir. Was? 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 Kann ich hier, was du das sehen? Ich nicht, oder? Schauen wir mal, ob wir hier hoch jetzt klettern können. Ja. Weil mir hier oben schön ist. Warum konnte ich jetzt hier den blöden Wachdammstein? Ja. Keiner, ne? Ja. Ja. Okay, also einmal. Da. 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 Schuss! doch es fehlt noch irgendwo einer aber wo wo bist du da haben wir es doch okay eins wie kann ich die beiden schießen nachladen das ist alles okay ah glaub mir das willst du nicht wieso ah lecker 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 naja dachte eigentlich wir könnten es schneller zum lager schaffen zu einem lager aber mich wohl ein bisschen getäuscht ja das sieht doch ganz gut aus ja gut ach kommt noch einer nee das ist nur der oh ich kann dir helfen ich muss wieder auf den richtigen weg kommen warte mal ich gebe mir das mal an ich habe leuchten sehen jetzt weiß ich nicht so nicht noch aus sie sind frei dann gucken wir mal hier rein richtig schön hier richtig gemütlich ich weiß nicht, soll ich da mal ok, Wachposten habe ich nicht naja das ist das Fragezeichen, glaube ich oh ok, spannend ich hoffe, das ist hier kein wie nennt sich's wo? ja, das war nix oh Gott das war schon besser also dann gehen wir hier schnell aber ich will auf jeden Fall diesen blöden Nebel da weg machen wieso treffe ich das nicht? so so weh, weh, weh dann so, weg mit dir so jetzt wieder schütteln gib acht ja, so war das eigentlich nicht geplant was machst du denn? ich bin ein Visier so dasselbe nochmal alter, nerv mich der ist echt super nervig, der Sack jetzt machen wir da bis zu lange rum du bist dir einen anderen Gegner peiniger für erst alter ich hasse dich Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Ja, ich weiß. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir das hier alles schön sauber weggeräumt. Jetzt tun wir den Kahn hier noch verschieben. Kann ich da rüber, warum ich das machen sollte, weiß ich nicht. Habe ich was? Ey, was ist das? Leichen. Wir könnten das, was ich hier verstecke, herbeirufen. Ja, das machen wir. Aber allerdings erst beim nächsten Mal ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Stenetεις. Tschüss.